Adrien, ein mächtiger und akribischer Geschäftsmann, hatte gerade ein außergewöhnliches Mal erlebt, das ihn vollständig begeistert hatte. Am Ende des kulinarischen Erlebnisses konnte er nicht widerstehen, den talentierten Koch persönlich zu loben. Als der Koch schließlich an den Tisch trat, konnte Adrien die Tränen nicht zurückhalten, die aus seinen Augen flossen. Adrien und Gilles waren eineige Zwillinge, geboren in einer wohlhabenden Familie, die in einer schönen Villa mit weitläufigen Gärten lebte. Schon von dem Moment an, als sie auf die Welt kamen, war die tiefe Verbindung, die sie teilten, offensichtlich. Aber als sie aufwuchsen, begannen ihre Persönlichkeiten sich auf unterschiedliche Weisen zu manifestieren. Adrien war ein bemerkenswert konzentriertes und introvertiertes Kind. Seine Augen leuchteten vor Neugier und Faszination, wenn er in seine Spielzeuge eintauchte, angefangen von einfachen Bausteinen bis hin zu komplexen geometrischen Formen. Er verbrachte Stunden in seinen Schöpfungen, verloren in einer von ihm meisterhaft erschaffenen imaginären Welt. Andererseits war Gilles ein wahrer Wirbelwind aus Energie und Vitalität. Schon früh war er der Mittelpunkt in jeder Umgebung, in der er sich befand. Sein unruhiger Geist trieb ihn dazu an, die Welt um sich herum in atemberaubender Geschwindigkeit zu erkunden. Laufen, Springen, Spielen und mit allem und jedem um ihn herum interagieren schienen seine natürliche Art zu existieren zu sein. Trotz der Unterschiede blieben die Bruderbande zwischen Adrien und Gilles unerschütterlich. Sie ergänzten sich auf einzigartige Weise. Adrien bewunderte Gilles Entschlossenheit und seine Fähigkeit, Freude an den kleinen Dingen zu finden, während Gilles bewundernd auf die Fähigkeit seines Bruders schaute, so detaillierte und faszinierende imaginäre Welten zu erschaffen. Mit dem Eintritt ins Teenager-Alter wurden die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Adrien und Gilles prominenter, was sie dazu brachte, ihre eigenen Freundeskreise zu bilden, jeder mit unterschiedlichen Interessen und Leidenschaften. Adrien fand Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, die seine Liebe für formale Studien und die Geschäftswelt teilten, während Gilles sich mit Abenteurern und Extremsportbegesterten umgab. Trotz dieser Interessensunterschiede blieb die Freundschaft zwischen den Brüdern unerschütterlich. Im Laufe der Jahre entschied sich Adrien, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und begann formale Studien im Bereich der Verwaltung, um sich auf die Übernahme des Familienunternehmens vorzubereiten. Sein analytischer Verstand und seine Fähigkeiten im Umgang mit finanziellen Angelegenheiten machten ihn zu einem vielversprechenden zukünftigen Führer. Gilles führte ein Leben voller Abenteuer und Emotionen. Seine Leidenschaft für den Sport führte ihn zu verschiedenen Schauplätzen, von hohen Wellen im Meer bis zu schneebedeckten Bergen. Immer begleitet von seiner Kamera, verwandelte er seine Erlebnisse in schöne Bilder und Videos, die die Essenz der Emotion und Freiheit einfingen, die er in jeder Bewegung fand. Obwohl seine Karriere als Sportfotograf und Videomacher ihm keine großen Reichtümer brachte, war Gilles glücklich mit seinem nomadischen und sorgenfreien Lebensstil. Er wusste, dass sein Zweck darin bestand, jeden Moment zu genießen und die Emotionen, die er erlebte, mit der Welt zu teilen. Für ihn lag der wahre Reichtum in den Erfahrungen und den Menschen, die seinen Weg kreuzten. Obwohl sie unterschiedliche Wege gingen, teilten Adrien und Gilles weiterhin ihr Leben, tauschten Geschichten aus und unterstützten sich gegenseitig in Freuden und Herausforderungen. Sie wussten, dass die Essenz ihrer Verbindung trotz ihrer unterschiedlichen Realitäten unverändert blieb. Aber diese harmonische Situation zwischen den Brüdern sollte sich bald radikal ändern. Adrien und Gilles waren bereits erwachsene Männer, als das Schicksal einen Schatten über die Familie warf, als ihr Vater starb. Sein Tod hinterließ ein überwältigendes Gefühl der Leere, denn er war das feste Fundament, auf dem alle standen. Jetzt mussten sie sich neu organisieren und einer unsicheren Zukunft entgegentreten. Adrien hegte die Hoffnung, dass Schill sich endlich niederlassen und sich der Familie anschließen würde, um das väterliche Erbe in der Geschäftsleitung des Unternehmens fortzusetzen. Adrien fühlte sich verantwortlich, die Rolle des Anführers zu übernehmen, hatte aber den Wunsch, die Last dieser Aufgabe mit seinem Bruder zu teilen. Gilles hatte einen ruhelosen Geist und einen unstillbaren Durst nach neuen Abenteuern. Die Nachricht vom Tod seines Vaters traf ihn tief, ließ ihn aber auch die Vergänglichkeit des Lebens noch stärker erkennen. Einige Wochen nach der Beerdigung des Vaters saßen die beiden Brüder für ein ernsthaftes Gespräch zusammen. Adrien präsentierte begeistert seine Pläne für die Zukunft des Unternehmens und zeigte eine Reihe von Tabellen und Diagrammen, die detaillierten, wie jeder von ihnen eine Rolle spielen könnte, um das Geschäft erfolgreich zu führen. Er dachte, dass sie gemeinsam das Unternehmen stärken und das Erbe ihres Vaters ehren könnten. Die Begeisterung von Adrien wurde jedoch je unterbrochen, als Gilles enthüllte, dass er überhaupt keine Absicht hatte, das Unternehmen zu übernehmen. Er erklärte fest, dass seine wahre Leidenschaft in seinen Abenteuern, der Kunst der Fotografie und Extremsportarten lag. Für Gilles waren Freiheit und Kreativität wichtiger als jede Position in einem Unternehmen, selbst wenn es das seines eigenen Vaters war. In diesem Moment fühlte sich Adrien zutiefst frustriert und enttäuscht. Er dachte, es sei an der Zeit, dass Gilles seine jugendlichen Abenteuer aufgab und reifer wurde, indem er sich in einen Beruf niederließ, den er für angemessener für die Verantwortung eines Erwachsenen hielt. Er sah das Unternehmen als ein Erbe, das bewahrt werden sollte, und als eine Verpflichtung, die im Namen der Familie übernommen werden sollte. Die einst unerschütterliche Beziehung erlitt dort einen bedeutenden Rückschlag. Die beiden Brüder begannen eine hitzige Diskussion, mit aufgebrachten Gemütern und lauten Stimmen. Harte Worte wurden ausgetauscht, und alte Ressentiments kamen an die Oberfläche, was die emotionale Entfremdung zwischen ihnen weiter verstärkte. Am Ende des Treffens gingen beide mit Gefühlen von Groll und Frustration auseinander. Jeder fühlte sich vom anderen missverstanden und enttäuscht über das Fehlen gegenseitiger Unterstützung in ihren Lebensentscheidungen. Die Trennung zwischen den Brüdern war tatsächlich hart und plötzlich. Die Jahre vergingen, und sie hatten sich nie wieder getroffen oder miteinander gesprochen. Jeder folgte seinem eigenen Weg und ging getrennte und unabhängige Wege. Adrien übernahm die Verantwortung für das Familienunternehmen mit Hingabe und Engagement. Er erwies sich als sorgfältiger Führer, der das Geschäft mit Entschlossenheit und Ethik leitete und das Erbe seines Vaters ehrt. Seine Entschlossenheit und unternehmerischen Fähigkeiten brachten ihm Anerkennung in der Geschäftswelt ein. Neben seiner erfolgreichen Karriere baute Adrien auch eine Familie mit seiner Higgs-Schulfreundin auf. Sie heirateten und bekamen einen Sohn, der sein ganzer Stolz war. Adrien bemühte sich darum, sein Berufs- und Privatleben ausgewogen zu gestalten, und widmete sich seiner Frau, seinem Sohn und dem Unternehmen mit gleicher Leidenschaft. Adrien hatte sorgfältig die gesamte Zukunft für seinen Sohn geplant und glaubte fest daran, dass er die gleichen Schritte wie er selbst unternehmen würde, um das Erbe seines Großvaters, des Gründers des Familienunternehmens, fortzusetzen. Der junge Mann, der kurz vor seinem 18. Geburtstag stand, sollte bald an der Universität studieren, die sein Vater bereits ausgewählt hatte, und Adrien war sicher, dass er nach Abschluss seines Studiums eine wesentliche Rolle in der Unternehmensführung übernehmen würde. Adriens Sohn war ein Talentierter, kluger und gut erzogener junger Mann, der die Familientradition immer respektiert hatte und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens bewunderte. Viele Jahre lang akzeptierte er dankbar die Pläne, die sein Vater für ihn gemacht hatte, und glaubte, dass dies der richtige Weg für sein Leben sei. An einem unerwarteten Tag, als Vater und Sohn in ihrem Büro saßen, fasste der junge Mann Mut und enthüllte, was in seinem Herzen war. Mit etwas zögerlicher Stimme sah er Adrien in die Augen und äußerte seine wahren Wünsche. Vater, ich muss dir etwas sagen. Ich danke dir für all die Pläne, die du für meine Zukunft gemacht hast, und dafür, dass du möchtest, dass ich in die Fußstapfen der Familie trete. Aber mit dem gebührenden Respekt und Liebe, die ich für dich und unsere Geschichte habe, möchte ich nicht im Unternehmen arbeiten, sagte der Sohn ehrlich. Ich habe mich dem Surfen gewidmet, und wie du weißt, habe ich beeindruckende Ergebnisse erzielt. Vor kurzem habe ich ein Sponsoring-Angebot erhalten, um in einigen Ländern zu reisen und zu konkurrieren, und ich habe mich entschieden, es anzunehmen. Die Worte des Sohnes halten wie ein Echo der Vergangenheit in Adrians Herz wieder. In diesem Moment tauchte das Bild seines Zwillingsbruders Gil in seinem Kopf auf. Er konnte nicht glauben, dass sein Sohn denselben Weg gehen würde, den sein Bruder vor so vielen Jahren eingeschlagen hatte. Adrien fühlte sich zutiefst verraten. Es war für Adrien schwer zu akzeptieren, dass die Zukunft, die er sich für seinen Sohn vorgestellt hatte, vor seinen Augen zusammenbrach. Und so brach der Sohn auf, um seinen Traum zu verfolgen, und ließ die sorgfältig ausgearbeiteten Pläne von Adrien hinter sich. Adriens geschäftiger Alltag war von wichtigen Meetings und Geschäften geprägt, die seine ständige Aufmerksamkeit erforderten. Dennoch nahm er sich immer Zeit, um bei seiner Frau zu sein. Zwischen all den Verpflichtungen hatten sie die Gewohnheit, sich Zeit für ein besonderes Abendessen in einem gemütlichen Restaurant zu nehmen. An einem dieser Abende entschied sich Adrien, seine Frau in ein Restaurant zu führen, das in der Stadt für Furore gesorgt hatte. Das erst kürzlich eröffnete Lokal hatte bereits eine große Fangemeinde von begeisterten Anhängern seiner innovativen Konzeption gewonnen. Es erhielt Lob und exzellente Kritiken von Gastroexperten. Adrien freute sich auf die Gelegenheit, die hochgelobte Küche des Ortes zu probieren. Das Restaurant war eine wahre Fusion verschiedener Küchen aus verschiedenen Ländern und bot eine einzigartige und unvergleichliche kulinarische Erfahrung. Adrien und seine Frau waren wirklich begeistert von der außergewöhnlichen Mahlzeit, die sie genossen hatten. Das Restaurant entsprach tatsächlich all dem Lob und der Anerkennung, die es erhalten hatte. Adrien beschloss, dem für diese Erfahrung verantwortlichen Chef persönlich sein Lob auszusprechen. Als der Chef schließlich vor ihnen erschien, spürte Adrien, wie sein Herz schneller schlug und Tränen stiegen in seinen Augen auf. Es war Gilles, sein Bruder, der vor ihm stand, verwandelt in einen talentierten Koch. Die beiden Brüder teilten die gleiche Überraschung bei diesem unerwarteten Wiedersehen nach Jahren der Trennung. In einer Mischung aus Emotionen standen sie sich gegenüber, als ob die Zeit in einem Augenblick verflogen wäre. Ohne zu zögern umarmten sich Adrien und Gilles und setzten einen Neuanfang. In dieser einfachen Geste ließen sie alle alten Groll und Meinungsverschiedenheiten hinter sich, die sie einst voneinander entfernt hatten. Gilles erklärte, dass er während all der Jahre, in denen er um die Welt gereist war, die unglaubliche Gelegenheit hatte, in die Küchen verschiedener Länder einzutauchen. Jeder besuchte Ort brachte neue Erfahrungen, Geschmacksrichtungen und Techniken, die seine Leidenschaft für die Gastronomie bereichert hatten. Jetzt fühlte er, dass es an der Zeit war, sich in unbekannte Gewässer zu wagen, und ein Restaurant zu eröffnen, war das große Abenteuer, das er gerade erlebte. Als Adrien diese Worte hörte, war er begeistert. Er hätte nie gedacht, dass der Lebensstil seines Bruders etwas so Bereicherndes für sein eigenes Leben bringen könnte. Er gab zu, dass er Gilles als unreif angesehen hatte, als jemanden, der nie seinen Weg und seine Bestimmung finden würde. In diesem Moment erkannte Adrien, wie unfair er gegenüber seinem Bruder gewesen war. Er entschuldigte sich und erkannte, dass er seinem Bruder seinen eigenen Lebensstil aufdrängen wollte, im Glauben, dass Erfolg nur durch das Geschäft der Familie erreicht werden könne. Beim Zeugen von Gilles, erfolgreicher und erfüllter Reise fühlte Adrien eine tiefe Ruhe in seinem Herzen in Bezug auf die Entscheidungen seines Sohnes. Er verstand endlich, dass Glück und persönliche Erfüllung auf verschiedenen und einzigartigen Wegen für jeden Einzelnen gefunden werden können. Im Laufe der Zeit begann Adrien die Ähnlichkeiten zwischen der Reise seines Bruders und der seines Sohnes zu erkennen. Genau wie Gilles folgte auch sein Sohn seinem eigenen Herzen und suchte nach Erfüllung durch Sport. Die Beziehung zwischen Adrien und Gilles wurde signifikant wiederhergestellt. Das unerwartete Wiedersehen im Restaurant und die aufrichtigen Gespräche, die folgten, ermöglichten es ihnen, die alten Verletzungen und Groll aus der Vergangenheit zu überwinden. Die Versöhnungsreise von Adrien und Gilles erinnert uns daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine eigenen Leidenschaften, Träume und Wege hat. Die Akzeptanz der Entscheidungen und Interessen unserer Lieben, auch wenn sie von unseren eigenen abweichen, ist ein Akt bedingungsloser Liebe und gegenseitigem Respekt. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, bitte ich Sie, ein Gefällt mir? dazulassen und dieses andere Video, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint, wird Sie wahrscheinlich auch berühren. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.